Und zum Thema! Wenn das mal nicht die weltberühmte Gruppe Blondi und ihre Dilettanten ist. Geschäftsführer, Hals ist noch nicht fertig. ... der Zukunft ist für uns Grüne ganz klar die... ... Zukunft liegt bei den erneuerbaren Energien. Du siehst noch bleicher aus als der Tod. 16 Jahre wurde der Ausbau gebremst und nicht richtig vorangetrieben. Ich bin dankbar für Robert Habeck und seine großartige Arbeit. Der Ausbau der erneuerbaren Energien... Sie sind doch für mich nur ein gesichtsloser Niemand. Ja! Der Ausbau der erneuerbaren Energien... ... wurde entfesselt und weil Sie gerade hier so auf... ... auf, nein, sorry! Mein Gott, du wärst so jämmerlich! Fuck, 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 fick dich! Leute, werdet ihr hier jetzt aufstöhnt! Wer hat uns gut durch diesen letzten Winter gebracht? Wer hat die Gasspeicherwerke gefüllt? Du bist ja wahnsinnig, Mensch! Hier muss man nicht mehr in die Fresse, hier muss man einsperren, weil du nicht mehr normal bist! Wer hat dafür gesorgt, dass die erneuerbaren Energien entfesselt wurden? Das war Robert Habeck! Die grüne Scheiße! Während wir nur von einer Deindustrialisierung schwätzen könnt, arbeitet dieser Mann und... Oh ja, sicher! Das ist grüne Wirtschafts- und grüne Klimapolitik! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! . D Untertitelung des ZDF, 2020